Hallöchen und herzlich willkommen bei Realistisch und Schwer, Kerbal Space Program. Wir haben hier einen Moonlander, der zu 89% fertig gebaut ist. Also in 13 Tagen haben wir wieder etwas, was wir auf den Mond schicken. Da wird es langsam eng oder relativ voll, aber das gibt uns einfach jede Menge Kohle. Wir sind jetzt bei 1,8 Millionen, die brauchen wir auch dringend. Und einen Moonlander, einen zweiten, haben wir direkt hinterher geschickt. Hier ist die MK2 Gemini 1, drei Tonnen für unsere Besatzung. Aber diese Besatzung macht gerade noch das Training der neuen Kapsel bis Juli 1971. Und wir haben gerade mal November 70. Das heißt, die sind noch acht Monate zu Gange mit ihrer Ausbildung. Das habe ich einfach halt nicht kommen sehen. Das heißt, bis wir tatsächlich in einen bemannten Orbit reinkommen, das kann noch einen Moment dauern. Weil ich schiebe jetzt erstmal wahrscheinlich zwei Mondmissionen ein. Die sollten aber relativ zügig gehen, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Und ja, also ich glaube, ich bin relativ zügig, was das angeht. Aber, und hier hinten haben wir noch so einen Venus Orbiter, den wir mal irgendwie fertig bauen können. Da können wir mal irgendwie eine Sonde draufsetzen oder irgendwas noch Richtung Venus ballern. Oder vielleicht etwas Richtung Mars. Ein Mars Orbiter ist fertig. Der hat ein Launch Window in 165 Tagen. Das ist einfach ein sehr, sehr, sehr viel Wissenschaft oben auf so einer platten Plattform, wie wir sie auch auf dem Mond landen quasi. So was schicken wir auch in Richtung Mars. Und hier seht ihr ja, den Mondländer und auch der Venus Orbiter ist auf einem LV 725. Das heißt, 700 Tonnen auf dem Launchpad, also für das 700 Tonnen Launchpad, 25 Tonnen Nutzlast. Und ich habe, als ich die letzten Videos vom letzten Stream geschnitten habe, einfach mal so geguckt. Oh, wir haben bei Hydrolex, äh, Hydrolox noch neue Triebwerke bekommen. Und ich will euch kurz mal was zeigen. Ich war gestern Abend, habe ich so ein bisschen Kerbal Space Program gespielt. Also hier in dem Stream, äh, Spielstand. Und ich habe ja eben gesagt, unser, unser Launch Vehicle ist, ähm, das LV 700 Bindestrich 25. Das heißt, es kann 25 Tonnen in Low Earth Orbit bringen. Ich habe auch, seit gestern, ein LV 736. Ein Launch Vehicle, das 11 Tonnen mehr kann. 11 Tonnen! Unten noch relativ unaufregend, aber hier oben, ups, hier oben wird es sehr lang. Also die Rakete passt nicht mehr ganz ins Vehicle Assembly Building. Und was hier drin steckt, ist etwas, was wir neulich neu bekommen haben. Hier drin sind auch große Hydrolox Engines. Das hier sind J2 Engines. Äh, die erste Variante, die man freigeschaltet bekommt. Die verbrennen auch, äh, flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff. Und da ist einfach der Sprit viel, viel leichter. Das heißt, wir können hier eine viel größere obere Stufe machen. Eine viel größere zweite Stufe. Und hier oben haben wir unsere altbekannte, ähm, Hydrolox Stage. Da habe ich jetzt tatsächlich auch noch ein, ein Triebwerk rausgenommen. Das heißt, hier sind 6 LR10 drin. Und diese Konstruktion, die knapp 700 Tonnen wiegt, 2 Tonnen, äh, unter 700 Tonnen, die kann tatsächlich 36 Tonnen in Low Earth Orbit bringen. Also wirklich, wirklich, wirklich leistungsfähig. 11 Tonnen mehr, einfach weil ich hier die Triebwerke ausgetauscht habe. Und ein bisschen im Balancing gemacht. Also, das wollte ich euch sagen, das habe ich 5, 6 Mal simuliert. Das hat mich so anderthalb Stunden, aber es hat dann auch, als ich dabei war, hat es richtig Freude gemacht. Aber die habe ich fertig gebaut. So, das heißt, ich habe mal unser Launch-Vehikel quasi MK3 mit Hydrolox Engines. Und bald haben wir hier für die J2 ein Upgrade drin. Das heißt, dann können wir die J2 upgraden. Und hier oben auch die LR10. Und dann werden wir wahrscheinlich 37 oder 38 Tonnen in Orbit fliegen können. Aber wir haben ein neues Launch-Vehikel, das 11 Tonnen mehr kann, als das, was wir davor hatten. Das wollte ich euch nur ganz kurz umreißen, was das alles so kann. Und dafür können wir halt jetzt anfangen, bessere Sonden zu bauen. 11 Tonnen, da kann man schon mal ein bisschen was mitmachen. Damit können wir probieren, Richtung Merkur zu kommen. Für einen Merkur brauchen wir sehr viel Delta-V, um überhaupt erstmal hinzukommen. 6.000 und hast du nicht gesehen? Wir gucken mal, hier oben habe ich nämlich noch ein Mercury-Startfenster. Um nach Merkur zu kommen, brauchen wir Ejection-Delta-V 7.800 Meter pro Sekunde. Das ist wirklich viel. Und wir brauchen Insertion-Delta-V 6.000, um in den Orbit einzuschwenken. Das ist wahnsinnig viel Delta-V. Vesta, da sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber da haben wir es auch noch nicht geschafft. Wir brauchen, um nach Vesta hinzukommen, 6.500 Meter pro Sekunde. Und um abzubremsen, um in den Orbit zu kommen, 4.800. Mit dem neuen 11 Tonnen mehr tragen können, den Launch-Vehikel sollten wir Merkur, Vesta und vielleicht sogar Ceres schaffen. Dort Sonden hinzuschicken, die nicht nur vorbeifliegen, sondern auch in den Orbit einschwenken. Und vielleicht sogar Jupiter. Vielleicht sogar Jupiter. Du klingst wie Doc Brown bei 1,21 Gigawatt. Okay, das heißt, ich bin begeistert, Horstie. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe echt, ich meine, ich weiß gar nicht, der wievielte Stream ist das. Ich glaube, der 20. oder 25. Stream, wo wir hier realistisch und schwer, also Real Progression 1, Realism Overhaul, Real Scale Solar System spielen. Wir machen das seit September 2022 oder noch länger. Ja, ich weiß es gar nicht. Sehr, sehr viele Streams. Und wir sind jetzt gerade erst dabei, die ersten Astronauten in die Umlaufbahn zu. Es war sehr, sehr viel Frust von meiner Seite und viel zu lernen. Aber gestern, als ich an dem Launch-Vehikel rumgebastelt habe und jetzt auch, wo der Stream ist, meine, die letzten Male hatte ich schon Bock, aber es war halt auch so, ach, so ein bisschen mit. Aber plötzlich, vielleicht war auch die eine Woche Pause, weil ich krank war, etwas heilsam, was das angeht. Aber gestern, als ich an dem Launch-Vehikel rumgebastelt habe, das war so richtig, es hat mich wieder gepackt. Jetzt können wir vielleicht mehr Kur schaffen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mehr enthusiastisch, wenn es darum geht, wir fliegen zu fremden Planeten hin und machen dort Wissenschaft mit Sonden als bemannte Raumfahrt. Und ich finde tatsächlich irgendwie so Planetenforschung und da hat man ein Gerät da drauf und dann landet das da und fährt da rum oder die Mars-Rover und so. Super faszinierend. Und das mag ich auch total gerne hier in diesem Spiel tatsächlich. Daddl sagt, trotzdem vermisse ich Spacehaven irgendwie. YouTube ist irgendwie keine Alternative für mich. Aber bevor wir hier jetzt irgendein Kram machen, wir haben Mars, ein Launch-Window für Mars und da ist der Mars-Orbiter ist bereits fertig. In 165 Tagen. Und Moon Lander 4 MK4 haben wir fast fertig. Da haben wir einen Auftrag für angenommen, weil wir müssen Geld scheffeln. Hier für die Fahrzeugfabrik brauchen wir 3,5 Millionen, um die abzugraden. Demnächst müssen wir auch Ortungsstationen, wenn wir da die Wissenschaft eingesammelt haben, upgraden. Und wir haben super viel Wissenschaftspunkte, die wir auch mal ausgeben können. Aber unsere Research Tree ist jetzt auch schon einigermaßen voll. Aber ja, Moon Lander ist das, was wir als nächstes machen. Und dann fliegen wir einmal zum Mond. Und dann würde ich mal sagen, Mercury ist der nächste in 528 Tagen ein Launch-Window für Mercury. Und Vesta ist noch viel später. Naja, nicht viel später, ein paar Dutzend Tage später. Ah, wir können mal gucken, ob wir nicht noch ein Jupiter finden. Ah, wir könnten Ceres gucken. Wann ist der nächste Ceres? Da können wir auch mal so 400 Kilometer. Der nächste Ceres ist auch nächstes Jahr. Okay. Wie viel brauchen wir für Ceres? Ceres braucht Ejection, ist 4.900. Und Insertion 6.500. Oh, das ist wahrscheinlich sehr, sehr viel. Ähm, wann ist Ceres? Ceres wäre in 367 Tagen. Schreiben wir mal auf. Und jetzt möchte ich mal einmal einen, äh, wann ist Jupiter? Und wir nehmen mal hier 20.000 Kilometer. Plot it. Ähm, und da machen wir mal nicht ganz so bald. Da möchte ich den nächsten. Genau, der nächste wäre der. Der ist 72. Da mache ich auch mal einen Alarm. Da ist der Jupiter direkt nach dem nächsten Venus. Dann haben wir, also, da brauchen wir, ach Gott, Insertion Delta, wir sind 15.000. Okay, das können wir uns noch von der Backe putzen. Da müssen wir erstmal die Flybys machen. Ähm, das, da haben wir nicht genug Delta V für. Ja, die liebe Zeit, man braucht da einfach mehr von. Ja, Duddle Nation hat auch ein Zeitproblem, ganz offensichtlich. Ja, aber wir fliegen jetzt einmal nochmal zum Mond. Das wird ja langsam Routine. Wir können auch mal mit dem neuen, mit dem Launch-Vehikel vielleicht auch eine Sonde entwickeln, die auf dem Mond landet und dann wieder Sample Return macht. Das heißt, vom Mond wieder startet und zurück zur Erde kommt. Das ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, ähm, noch ein bisschen mehr, ähm, Aufwand. Aber auf jeden Fall, Moonlander. Wir werden jetzt einmal auf dem Mond landen. Ähm, aber ich gebe erstmal ein klein bisschen Wissenschaftspunkte aus. Ähm, das nächste ist Surface Science. Da kriegen wir High-Resolution-Filmkamera zum Landen irgendwo. Und dann das nächste ist Deep Space Science Experiments. Two-Channel-Infrared-Radiometer, Ultraviolet, okay. Okay, das sind krasse, krasse Experimente, die wir dazu bekommen können für 116. High-Data-Rate-Communication ist natürlich auch verlockend. ComTech Level 7, wenn wir immer weiter nach draußen gehen. Und Space Station Area Material Science wäre vielleicht auch mal irgendwann dran, um, naja, die brauchen wir, wobei, doch. Weil da kriegen wir dann nämlich Wrapping Upgraded. Da kriegen wir dann isolierte Tanks. Jawohl. Und noch bessere Fuel-Efficiency. Ich glaube, das ist mal etwas, was wir uns reintun könnten, sollten, müssten, wollen. Dann Orbital Rocketry. Noch mehr Upgrades für unsere... Äh, nee. Ein H1-Upgrade ist hier nicht bei. Äh, Hydro-Logs-Engines. Aber ein Upgrade für die, äh, für die J2 wäre hier. Und Large Hydrogen, äh, Large Hydrogen, da ist auch ein J2-Upgrade bei. Und ein RL-10, da erforschen wir als nächstes. Und die nächsten Hydro-Logs, da könnten wir auch noch eine... Eine, äh, nicht eine größere, aber, ähm, einen weiteren, ähm, Antrieb. Hm. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Da gebe ich mal Forschungspunkte dafür aus. Und High Data Rate Communication ist halt auch schön, ne? Und dann machen wir mal mehr Wissenschaft, damit wir noch mehr Sonden starten können. Ähm, machen wir mal noch mehr Wissenschaft frei. Und jetzt haben wir nur noch 70 übrig. Und wir könnten Live Support... Oh, das schaltet nur... Ähm, da weiß ich gar nicht, wofür das denn gut ist. Space Station Prototypes. Okay. Wir haben genug Wissenschaftspunkte ausgegeben, dass wir erstmal was in der Crew haben. Also Tech können wir mal gucken. Docking and Crew Transfer ist das nächste. Space Station Era und dann Deep Space Communication. Okay. Äh. Oh Mann, da sind einige Sachen bei, die wirklich lange dauern. Äh, okay. Aber wir haben Wissenschaftspunkte ausgegeben. Unsere Wissenschaft rollt für sich hin. Ähm. Okay, 13 Tage und dann fliegen wir nochmal zum Mond. Das heißt, wir können jetzt einfach mal 13 Tage vorspulen. Und, äh, wir können mal gerade gucken, welcher Auftrag ist das? Lunar Landing für, ja, äh, knapp 330.000, 336.000 Geld gibt es dafür. Beziehungsweise die 96 haben wir schon gekriegt. 240. Das ist jetzt nicht viel. Wir machen das aber auch vor allem, vor allem machen wir das da jetzt auch für die Wissenschaft, die dann pervers bei uns reinströmt, weil wir Dinge, äh, da, äh, auf den Mond hinballern. Ne? Okay, also, Warp to Complete, Gefahr, Venus Flyby 01, MK, okay, Venus Orbiter ist out of electric charge. Entspanne dich, irgendwas hat doch wieder, na gut. Wir haben wieder Wissenschaftspunkte gekriegt und zwar ordentlich, mehr als 50. Äh, okay. Dann machen wir mal. Wir sind mit der Wissenschaft so weit hinten dran. Wir machen mal alles in Wissenschaft rein, dass die Wissenschaft vor sich hin wissenschaftet. Und dann noch sieben Stunden. Und sehr schön. Und dann werden wir direkt den Moon Lander mal ausrollen. 24. Äh, Large Hydrolox Engines. Cool. Das heißt, wenn die Large Hydrolox Engines, ähm, fertig sind, dann kann ich direkt, weil ich hab die Upgrades noch nicht gekauft, dann kann ich direkt, äh, unser, ähm, unser neues Launch Vehicle upgraden. Das heißt, ich würde jetzt mal vorspulen zu Large Hydrolox Engines. Äh, irgendwas hat keinen Strom. Ein altes, äh, Venus Flyby Ding. Und wir kriegen die ganze Zeit weiter sehr viele Wissenschaftspunkte, äh, schon wieder vier. Dann würde ich mal sagen, zack, zack und zack, zack. Ein bisschen was in die, äh, Building Queue und ein bisschen was, ähm, in die Wissenschaft reingesteckt. Und, äh, das hier rollt aus, dauert noch zwei Tage und Large Hydrolox Engine, nochmal vier Stunden vorspulen. Jawohl, und wir haben schon wieder Wissenschaftspunkte gekriegt. Jetzt dauert's noch zwei Tage, bis die Mondrakete ausgerollt ist. Und jetzt würde ich nämlich einmal reingehen und unser, äh, tatsächlich nochmal, ähm, unser, ähm, unser, ähm, unser neues Launch Vehicle, was ich euch, äh, nur gezeigt habe, was ich gestern gebaut habe, was elf Tonnen mehr kann. Das würde ich jetzt tatsächlich, äh, nochmal updaten, weil wir noch eine bessere, ähm, äh, noch besseren Antrieb bekommen haben. Das heißt, wir machen nochmal eine Schleife Simulation. Dann seid ihr wenigstens quasi dabei, wie, äh, das letzte Update eingebaut wird. Weil hier steht, enthält experimentelle Teile. Weil die J2 hab ich noch gar nicht gekauft. Und jetzt haben wir schon eine Ausbaustufe besser von den J2 Engines. Das heißt, ähm, es ist nicht wirklich offline entstanden. Ich kann hier bei der Engine sagen, okay, gib mir mal die nächst bessere, die noch mehr Schub hat. Ja, und die kostet 245.000. Die muss ich freischalten. Das ist, äh, ist so, aber ist überhaupt gar kein, äh, Thema. Ähm, jetzt haben wir hier bessere Antriebe drin. Und wir gucken mal, ob wir, ähm, und jetzt sollte sich auch ein bisschen was am Delta V hier oben getan haben. Und gucken wir mal, ob wir hierfür auch ein Engine Upgrade haben. Und da haben wir leider kein Engine Upgrade. Nein, das war nur für die J2. Und wir haben hier jetzt, haben wir hier mehr... Nö, wir haben... Hab ich die jetzt alle umgestellt? Müsste ich eigentlich. Die hab ich jetzt umgestellt auf mehr Schub. Ein bisschen mehr Schub. Sollten eigentlich auch mehr Delta V haben. Sehe ich jetzt aber nicht. Ähm, also wir fliegen die hier jetzt quasi mit einem Engine Upgrade, äh, weiter. Und testen mal, wie... Würde ich mal sagen, wir... Äh, ich hab hier eine bessere J2 eingebaut. Und wir testen das hier mal. Das neue Launch Vehicle. Ich speich's erst einmal. Und simulieren das alles ganz mal. Das kostet 300.000 mehr. Ich hab hier halt noch nix freigeschaltet. Aber wir gucken mal, wie das mit der neuen J2 tatsächlich fliegt. Drei, zwei, eins und los. Ja, ein Streichhülpfen. Und ja, jetzt sind wir gleich im Orbit. Und der wird ein paar Delta, äh, paar Meter pro Sekunde übrig haben. Aber das ist kaum der Rede wert. Ähm, ja. Ja, und aus Massengründen hab ich tatsächlich das siebte Triebwerk hier in der Mitte wieder fallen gelassen. Nur noch sechs. Das reicht auch vollkommen. Und ja, wir haben 41 Meter pro Sekunde über. Ja, das ist nicht wirklich viel. Da können wir dieses Ding hier vorne nicht viel schwerer machen. Aber leider Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Aber wir lassen das J2 Engine Upgrade drin. Wir haben die besseren J2. Äh, und solange wir nicht eine fancyere Sonde gebaut haben, müssen wir auch noch nicht die Unlocking-Kost ausgeben. Unlocking-Kost kostet nämlich 300.000, äh, Geld. Wir speichern das hier jetzt einfach mal. So. Und gehen hier mal wieder raus. Wir haben kurz mal unser neues Launch-Vehikel getestet. Und jetzt machen wir den Rest Vorspulen, fliegen einmal kurz auf den Mond. Und dann bauen wir etwas für, äh, für, bauen wir etwas für Ceres. Wir haben einen Ceres Flyby. Und Ceres wäre der nächste in 332 Tagen für ein Orbit. 5000 für Ejection, 6500, um in den Orbit zu kommen. Mit 36 Tonnen kriegen wir es vielleicht hin. So. Ähm, Moonlander 4, MK4. Braucht noch zwei Tage zum Ausrollen. Dann machen wir das mal. Und da ist, irgendwas hat keine Batterien mehr. Ich muss nochmal Dinge entsorgen irgendwann. So. Und wir haben, äh, wir sind fertig, um auf dem Mond zu landen. Da müssen wir jetzt nicht auf der entfernten Seite landen, sondern mit diesem Ding fliegen wir zum Mond und nehmen uns irgendeine schöne Position an einem der Pole oder, äh, auf der erdzugewandten Seite, ähm, gucken, wo wir landen. Da, wo es gerade uns in den Kram passt, würde ich sagen. Aber das Ding starten wir jetzt einfach mal, äh, in die Ebene des Mondes und setzen das auf der Mondoberfläche ab. Das ist kein neuer Lander. Ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen, weil wir brauchen Kohle. Scheint so, als ob man irgendwann nur noch Benachrichtigungen über Weltraumschrott bekommt. Ja. Ja, wie im echten Leben. Olaf, not the snowman. Hey, schönen guten Abend. So, die, guck mal, wie viel kleiner diese Rakete ist. Wie viel kleiner diese Rakete ist. Im Vergleich zu dem neuen Launch-Vehikel. Oh, und zarai, zarai, ne, Olaf, not the snowman. Nicht zarai, zarai. Wie komme ich denn auf, äh, Olaf, not the snowman. Hat mir einmal Wassermarsch gespendiert. Das nehme ich doch gleich an. Prost. Und da heben wir ab. Zum vierten Mal Richtung Mond, schätze ich. Kann ich die Forschung auch verkaufen, fragt, äh, Horstie. Nein, kann ich nicht. Äh, oder ich habe es noch nicht rausgefunden, wie das hier in RP1 geht. Ähm, in normal, in Stock KSP kann man tatsächlich seine Wissenschaft verkaufen. Im ganz normalen Basegame kannst du eine Politik einsetzen, dass du, äh, in diesem Administrative Building kannst du sagen, äh, gib mir weniger Wissenschaft und dafür mehr Geld. Das heißt, du sagst irgendwie so, äh, gib mir 10% weniger Wissenschaftspunkte, dafür 10% mehr Geld oder 15% mehr Geld oder sowas. Das setzt du ein, sodass du dann halt deine Finanzen, also da kann man das tatsächlich machen. Sowas ist nicht hier in RP1 implementiert. Äh, so eine Mechanik. Aber im Stock KSP kannst du das tatsächlich machen. Und hier gab es einen Tusch. Spuck! Hey, herzlichen Dank, lieber Spuck. Schon drei Monate mit Prime abonniert. Herzlichen Dank für das Vertrauen. Dankeschön. Äh, kannst du mal einen Map-Mode anmachen, äh, will das mal sehen. Kenn RSS net. Oh, okay, also das hier ist das, äh, Mod-Pack RP1. RP1 ist Real Progression 1. Da drin ist Realism Overhaul und Real Scale Solar System enthalten. Hier. Kommt dir diese Kugel bekannt vor? Das hier ist tatsächlich die Erde mit, äh, der viel höheren Orbitalgeschwindigkeit. Hier haben wir in einer gekippten Ebene den Mond und, äh, ja. Hier Venus, Merkur, Ceres, ähm, da hinten Jupiter, da Saturn. Wollen wir mal an sich zentrieren und uns mal das Saturn-System angucken. Hallo, Saturn mit seinen vielen, vielen Monden. Also, Saturn hat eigentlich noch ein paar mehr Monde, als hier dargestellt sind. So 87 oder 120 oder keine Ahnung, wie viele Monde Saturn mittlerweile hat. Aber, äh, ja. Ja, Real Scale Solar System ist einfach cool. Dem Wunsch, einmal kurz die Mappe anzumachen, dem komm ich doch gerne nach. So, äh, wir sind im Orbit mit unserem Ding, was auf dem Mond landen wird. Und dann würde ich mal sagen, wir brauchen jetzt als erstes, äh, achso, Vessel Complete, genau. Wir brauchen mal einmal, ähm, nicht Rendezvous Planner, Manöver Planner. Genau da, und dann nehmen wir By Impulse Human Transfer, Create Node. So, einmal ein, eine Node, die uns zum Mond bringt und der wird diese, ähm, whatsapp tue, putz, gutz hat, wird diese, ähm, nicht Rendezvous Mittelきた.